Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der PES-Verteidiger-Karriere. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Unbedingt reinziehen, dann aber wieder zurückkommen. Diese Folge wird bestimmt auch spannend. In der letzten Folge sind wir Man of the Match gewonnen, zum zweiten Mal hintereinander. Wir haben übrigens jetzt drei Saisontore. Also wie gesagt, letzte Folge unbedingt angucken, war mega, mega cool. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein gegen Hoffenheim. Let's go! So, wir spielen auswärts. Und wir sind tatsächlich sehr, sehr auswärts stark. Ähm, muss man ganz ehrlich so sagen, wir haben viel mehr Spiele auswärts gewonnen als zu Hause. Ähm, es wäre wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Spiel hier gewinnen. Denn, äh, Hoffenheim ist auf Platz 2. Wir haben in der letzten Folge gegen Platz 1 gewinnen können. Und, äh, haben damit Platz 1 so ein bisschen gebremst. Wenn wir jetzt hier Platz 2 auch ein bisschen bremsen könnten, äh, das wäre mega, mega geil. Vor allem in Betracht darauf, dass wir gleich gegen Mainz spielen, diesen Letzter. Wenn wir da auch nochmal 3 Punkte einfahren könnten, dann, äh, sieht das verdammt, verdammt gut aus für uns. Also, let's go! Hoffentlich gewinnen wir. Ja, gut. Ich dachte schon nicht verlieren, aber alles in Ordnung. Jawoll! Auswärtsstark! Achte Minute, Jonatas. Der stand auch auf der Torjägerliste. Hat jetzt, glaube ich, den fünften Treffer erzielt in der Saison. Stand, glaube ich, vorhin mit 4 drin. Ich habe so ein bisschen nachgeguckt gerade. Torwart. Mega! 1 zu 0 in der 8. Spielminute. So lässt sich das zeigen. Finde ich gut. Die Flanke war nicht schlecht, aber dass er den so reinhaut, hätte ich eigentlich gar nicht damit gerechnet. Perfekt. 1 zu 0. Weiter. Ja, zurück zum Torwart. Zack! Ja, den haben wir. Gut. Schön. Das war jetzt nicht so geil, aber der... Ne, okay, ist auch zu hoch. Hoi! Hoi! Alter, ich dachte, den habe ich. Ich habe auch noch hui gesagt. Der Mann, den wir uns in der Trainer-Kahre holen wollen, wer letzte Folge die ultralange Folge der Trainer-Kahre nicht gesehen hat, reicht so bei mir verlinkt. Hoffentlich, wenn ich daran denke. Den Mann, den wir uns da holen wollen, der macht hier das Tor. Ey, ich dachte, den habe ich. Ich fälle dir das Kopfball-Duell gegen den Sando Wagner und dann ist er drin. 1 zu 1. Oh! Halbzeit. 1 zu 1. Ja. Nicht unverdient. Hoffenheim hat er auch. 1, 2 Vorstöße. Ja, ich will die Folgen bloß nicht so lange halten wie die letzte Trainer-Kahre-Folge. Deswegen kann ich da nicht alles zeigen. Aber wir hatten auch Vorstöße. Da steht ja da. 5 Schüsse, 5 aufs Tor. Ja, da hätte auch schon das ein oder andere, der ein oder andere Ball reingehen können. Schade, dass es leider nicht so ist. Ja, den haben wir. Bisschen weit aufgerückt merke ich gerade, aber... Oh, lol! Junge! Schieß mich halt an! Ja, nochmal! Was ist denn mit dir? Junge, was macht der Typ? Oh, jetzt haut er nach vorne. Aber abseits, oder? Ne, kein abseits. Kein abseits. Da hätte auch was Besseres draus machen können, Jonatas. Er passt nicht so geil, Jonatas. Jetzt ist er raus. Ja, und weg damit. Zack! Ja, da stehe ich richtig. Bring den mal da nach oben. Vielleicht bringt er jetzt die Flanke in die Mitte. Oh, den lässt er noch schön stehen. Komm, da musst du jetzt die Flanke kommen. Jetzt gehe ich sogar auch noch mit vor. Spiel dort die Flanke, Junge! Mann! Die Flanke wäre besser gewesen. Ja, den haben wir wieder. Jonatas! So! Jetzt vielleicht... Jetzt vielleicht! Jonatas Pfosten! Jetzt ist er drin! 1 zu 2, Hannover! Hannik! Macht den Führungstreffer! Den erneuten Führungstreffer für uns verdient, finde ich. Wir sind die bessere Mannschaft. Ja, ich habe schon drauf gehofft. Dann haben wir ja noch Pech. Und zum Glück steht Hannik richtig. Nicht im Abseits und Zeug. 2-1. Wir gehen in Führung. Jetzt müssen wir das nur noch halten. Hups, das war mein Mikro. Jo, den haben wir. Zack! Der war wichtig. Aus! Auswärts geben wir uns die Blöße nicht. Wir haben auswärts fast immer gewonnen. Egal gegen welchen Klub. Und jetzt haben wir direkt hintereinander Platz 1 und Platz 2 gebremst, kann man sagen. Also wir haben sie halt einfach beide besiegt und dadurch ausgebremst, weiter Punkte zu holen. Und wir holen dafür aber weiter Punkte. Die nächsten drei Punkte. Ich muss sagen, ich habe kein schlechtes Spiel gemacht. Ganz viele Bälle abgefangen. Bla, bla, bla. Ja, Bayern gewinnt. Gewinnt auch Dortmund. Dortmund gewinnt auch, jo. Die ziehen jetzt dann an Leipzig. Die verlieren, okay. Dann ziehen sie tatsächlich an Leipzig und Hoffenheim. Beide vorbei, glaube ich. Jo. Wir sind jetzt Platz 5 mit Hannover 96. Platz 5. Mega, mega geil. Auf Platz 1 jetzt Dortmund mit 31 und Bayern auf Platz 2 mit ebenfalls 31 Punkten. Nur zwei Toren weniger geschossen. Wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, wenn eventuell Hoffenheim verlieren sollte oder Leipzig, gegen Mainz, die jetzt auf Platz 17 sind, wieder drei Punkte einzufahren und weiter an die Rand zu rücken. Das wäre mega, mega geil. Und deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken. 59% Trainer, Vertrauensniveau. Ich hoffe, wir dürfen spielen. Und dann starten wir direkt rein ins nächste Spiel. Wir dürfen verdammt oft spielen. Das wundert mich. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir schon drei Tore haben und zweimal Man of the Match geworden sind. Ich habe gerade eine Trophäe von Pest bekommen, da ich zehn Spiele in einer Saison Einsatz hatte. Und man muss mal überlegen. Wir haben direkt angefangen mit Bundesliga. Wir haben jetzt hier den 16. Spieltag und davon habe ich zehn Spiele gespielt. Also das ist schon nicht schlecht. Und ich hoffe, dass wir dieses zehnte Spiel hier auch gewinnen können. Gegen Mainz, gegen Platz 17, würde uns sehr, sehr weiterhelfen. Schön. Schön. Sehr schön. Wir bringen ihn dann nach oben. Perfekt. Oh, die erste richtig gute Chance. Das spielt auch nicht Jonathas. Harnik und so. Harnik und so spielt. Aber Jonathas spielt vorne nicht. Das ist irgendwer anders. Hat er auch mal durchgewechselt da im Sturm. Aber wer auch immer es war, super Chance. Es gibt direkt mal eine Ecke. Auch eine, wo ich mich sehe. Wie gesagt, wenn die immer gut kommen würde. Aber ja, ein bisschen zu nah ans Tor. Mal probieren. Als Verteidiger ist es zwar nicht so geil. Aber ich habe darauf gelauert, dass ich jetzt den Ball bekomme. Ich stand natürlich erstens mit dem Rücken zum Tor. Aber zweitens, wie gesagt, als Verteidiger nicht immer so geil. Hätte ich vielleicht anders und besser lösen können. Aber wie gesagt, ich wollte es mal probieren. Jawohl. 1-0. Für Hannover. 17. Spielminute war es, glaube ich. Bech, der hier das 1-0 für Hannover macht. Freut mich. Planke nicht schlecht. Wird zurückgelegt. Und der Schuss. Ja, hat gepasst. Mit der Nummer 17 sogar. In der, wie gesagt, glaube ich, 17. Minute. Und Bech macht ihn hier zum 1-0 für Hannover. Vielleicht können wir heute mal auf heimischem Rasen gewinnen. Wäre ganz nice. Passt. Super gemacht. Und 2-0. Wieder ist es Bech. Oh, vorhin war 16. Minute. Jetzt 25. Wieder ist es Bech. 2-0. Bisschen Glück dieses Mal dabei. Torwart lässt ihn da perfekt abballen, kann man sagen. Verteidiger schnallt das auch nicht, dass hinter ihm Bech lauert. Ja, nicht gut verteidigt, muss man sagen, von der gegnerischen Mannschaft von Mainz. Aber wir können das ausnutzen. Aber wir können das ausnutzen. Das finde ich gut. Den haben wir. Jawohl. Ja. 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 20. Ja. 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 Das ist so schief gegangen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube noch in keinem Spiel, dass ich dadurch hinten Probleme hatte. Oder wir hinten Probleme hatten. Wieder ein bisschen Glück gehabt. Diesmal hat er nicht der Torwart abbrallen lassen, sondern der Pfosten. Und wir machen das. 3-0. Ja, den haben wir gut zum Torwart geköpft. War gefährlich, aber hat gut geklappt und war wichtig. Zack, mal eingemischt und den Ball geholt. Jetzt nochmal wegdreschen, aber so richtig. Halbzeit. 3 zu 0 zur Halbzeit. Ein Tor davon habe ich gemacht. Finde ich, hört sich alles ganz gut an. Wenn wir so weitermachen, wird das ein souveräner Sieg. Und hoffentlich dann auch souveräne 3 Punkte, die uns natürlich sehr, sehr weiterbringen. Und ja, zack, zack. Und den haben wir auch. Bumm. Und den nehmen wir mit, fallen da ein bisschen hin, aber haben uns nichts weh getan. Und wir sind zur Stelle, fallen da auch wieder ein bisschen hin, aber Einsatz muss sein. Jawohl. Das hat es jetzt gebraucht. 4 zu 0. Wir wollen Mainz nicht wieder stark werden lassen. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, Einsatz muss sein. Zeige ich den Einsatz. Meine anderen Kollegen natürlich auch. Wir verteidigen da hinten echt nicht schlecht. Und das hat es jetzt gebraucht, den quasi Schock für Mainz, dass sie, obwohl sie die ganze Zeit drücken, kein Tor reinkriegen, aber dafür dann eins kassieren von Harnik in dem Fall in der 67. Spielminute. 4 zu 0. Und Tor. Jetzt haben sie ihr verdientes Tor. Ja, zum Glück haben wir hier das 4-1-4-0 gemacht, meine ich. Ah, Mann, Mann, Mann. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das Problem ist, ich habe halt Muto gar nicht gesehen. Ich habe ihn vorhin schon gesehen, aber da stand er noch weit, weit vor mir. 3, 4 Schritte vor mir. Dann hat die Kamera natürlich rüber geschwenkt zum Ball. Und in der Zeit hat Muto richtig Gas gegeben. Und als ich das gesehen habe, war es natürlich schon zu spät. Da war er durch. Torwart kommt dann raus. Und wenn er nicht kriegt, gehen wir halt nicht zu Null raus hier. Aber der Sieg sollte es trotzdem sein. Irgendwie raus. Aber er ist immer noch da, der Ball. Jetzt hat der Torwart ihn und jetzt sollte er abgefiffen werden. Hoffe ich doch. Jawohl. 4 zu 1. Das war die Rache fürs DFB-Pokal aus. Wir haben ja im DFB-Pokal in der ersten Runde, glaube ich, wo ich leider nicht auf dem Platz stand, gegen Mainz 4 zu 0 verloren. Wir sahen damit somit aus dem DFB-Pokal raus. Aber okay. Diesmal haben wir sie besiegen können in der Bundesliga. Und ja. Gutes Spiel. Ich dachte tatsächlich, dass es noch höher ausgehen wird. Aber ein 4 zu 1 ist natürlich richtig, richtig gut. Allerdings, wie gesagt, habe ich jetzt so gedacht, gegen Leverkusen haben wir auch 5 zu 1 gewonnen. Warum sollten wir jetzt nicht hier gegen die auch 5 zu 1 oder so gewinnen? Vor allem, weil wir halt so gut angefangen haben. Nach 30 Minuten stand es schon 3 zu 0. Und ja. Naja. Auf jeden Fall hat Leipzig nur unentschieden gespielt. Einen Punkt mitgenommen. Heißt 31 Punkte. Hoffenheim hat gewonnen. Und Bayern und Dortmund haben auch gewonnen. Ansonsten weiß ich nicht. Da war, glaube ich, keiner mehr. Und ich hatte schon vorgeahnt, bevor ich die Folge angefangen habe, habe ich mir, wie gesagt, alles ein bisschen angeguckt. Tabelle, Teuge, Liste, bla bla bla. Und ich habe schon vorgeahnt, wahrscheinlich, wenn wir tatsächlich beide Spiele gewinnen sollten, sind wir Platz 5. Und der 4. hat dann halt wahrscheinlich 31 Punkte. Was gut ist, dass Hoffenheim auch 31 hat. Dadurch haben wir eben die Chance, wenn wir da ein bisschen rankommen an die Punktzahl, vielleicht direkt beide zu überholen. Aber davon wollen wir jetzt eigentlich gar nicht mal träumen. Denn Platz 5 ist für Hannover Bombe. Das ist mega, mega krass. Tor-Differenz von 8. Also eine relativ gute Tor-Differenz auch. Und Platz 5 mit 25 Punkten ist für Hannover mega. Wie gesagt, wir sind noch nicht gerettet, weil wenn wir jetzt ein Spiel verkacken, dann sind wir vielleicht wieder auf Platz 9 oder auf Platz 8 oder noch weiter unten. Ich weiß es gar nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ich hoffe nämlich einfach, dass wir jetzt weiterhin gut spielen. Haben jetzt ein Trainervertrauensniveau von 62% und 4 Tore in 11 Spielen. Also wir haben 11 Spiele tatsächlich gespielt. Wahrscheinlich wird das Spiel gegen Hamburg noch gewertet hier, da wo ich eingewechselt wurde. So, die Klubrangliste ist verfügbar. Wir sind mit Hannover 96 auf Platz 134. Wäre sich jetzt erstmal richtig scheiße an. Aber naja, es ist halt Hannover. In der Trainerkarriere, wie gesagt, hatten wir in der letzten Folge Trainerkarriere, hatten wir auch diese Klubrangliste. Da waren wir auch mit Bayern auf Platz 2 und Juventus auf Platz 1. Also das ist immer ähnlich wahrscheinlich. Mein Team ist jetzt halt aber auf 134. Mit Hannover ist das aber, denke ich, relativ gut, muss ich echt sagen. Ansonsten würde ich sagen, das war es schon von dieser heutigen Folge. Lassen wir halt da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Hau rein, bis dahin und ciao, ciao. Hau rein, bis dahin und ciao.